Aber du will doch null machen, wie du brauchst. Zeit läuft, Entschuld. Ja, und wenn ich jetzt, kann ich doch genug reinpassen, Uwe. Das muss ich schön reinnehmen. Komm, Schätze! Was ist denn denn jetzt hier? Der Unterkettel zeigt, ja, das ist doch schein. Komm, den Kopf, komm, den Kopf, dann! Was? Verteiler! Wasser, Wasser! Ja gut, 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 gut! Sieht gut aus, sieht gut aus!